Eine Tote mit ausgestochenen Augen. Mit was für einer Mafiascheiße haben wir sie jetzt zu tun? Riecht du ein Wort? Wir haben sie nicht zur Kur nach Anmünden geschickt, Winkler. Seit einem Jahr sind wir schon dabei, das Projekt Krimi Anmünden zu verwirklichen. Der Plan ist die Produktion eines Spielfilms in dieser wunderschönen Region mit möglichst vielen Beteiligten. Weil das aber viel Aufwand, Zeit und Geld kostet, haben wir zunächst einen 30-minütigen Teaser produziert mit Auszügen aus der Geschichte des gesamten Films, um zu zeigen, wie so ein Krimi aus Anmünden aussehen könnte. Bei der Umsetzung des Teasers haben wir einige Leute und Unternehmen kennengelernt, die uns bis hierhin sehr unterstützt haben. Diese Leute wollen wir ehren, weshalb wir am 26. November den Teaser im wunderschönen Kapitolkino präsentieren werden. Wir haben für alle Gäste ein interessantes Programm vorbereitet. Seid also gespannt, denn die Krimi-Familie muss größer werden. Und an dieser Stelle möchte ich mich natürlich bei allen Beteiligten bedanken, die uns bisher unterstützt haben. Und freue mich auf jeden Fall auf den schönen Abend mit euch allen im Kino. Quietschen Vielen Dank.